Ja, hallo zusammen. Ich spreche heute über die Strömungen des 20. und 21. Jahrhunderts. Es gibt dazu im Buch auf Seite 206 auch eine Darstellung, die ist aber um einiges komplizierter als die, die ihr jetzt hier gleich sehen werdet. Was das Bild zeigt, ist, dass die Strömungen des 20. und 21. Jahrhunderts wahnsinnig explodieren in ganz verschiedene Richtungen. Das Ganze beginnt um die Jahrhundertwende mit dem Impressionismus. Der Versuchte, einen Eindruck darzustellen, einen Eindruck eines Momentes, eine Momentaufnahme oder einen Eindruck, die Wirkung einer Landschaft oder eines Lichteinfalls. Eine Gegenbewegung dazu war der Expressionismus, der den Ausdruck suchte, und zwar mit Mitteln des Schocks, der Provokation, des Abartigen. Die Neoklassizisten, die versuchten sich an früheren Stilen zu orientieren, wie zum Beispiel der Klassik oder auch des Barock- oder des Mittelalters. Die Zwölftonmusik gab der Musik neue Regeln, die Unabhängigkeit aller zwölf Töne nach einem bestimmten Regelwerk. Ab 1950, diese drei Strömungen, die Sie da sehen, die Serialität, Aleatorik und Elektronik, sind parallel. Serialität heisst, es sind Reihenorganisationen, aber nicht nur die Tonhöhe wie in der Zwölftonmusik, sondern auch die Dynamik oder die Phrasierungen. Aleatorik heisst Zufall, man würfelt und gewinnt Tonhöhen. Und die Elektronik arbeitet mit Synthesizern und anderen Musikmaschinen. Die Minimum-Music organisiert sehr kleine Patterns zu grossen musikalischen Gebilden, die unendlich dauern können. Jazz und Rock-Pop, natürlich auch wichtige Strömungen des 20. und 21. Jahrhunderts, die haben wir nicht im Detail besprochen, darum werden sie auch nicht gefragt. Diese alle Stile, die wirken aber bis heute. Ein wichtiger Vertreter des Impressionismus ist Claude Debussy, Igor Stravinsky für den Expressionismus, Prokofiev für einen Neoklassizisten, er hatte aber auch expressionistische Phasen, die drei der Neuen Wiener Schule, Alban Berg, Arnold Schönberg und Anton Webern, John Cage als ein Vertreter der Neuen Strömungen ab 1950 und Steve Reich als Vertreter der Minimum-Music. Musik